Willkommen zurück bei Alpha Trading. Heute wird es mal um das Thema Fremdkapital gehen. Ich werde dir alles Wichtige und Informative zu diesem Thema zeigen. Ich werde dir zeigen, was dabei wichtig ist, wie man das Fremdkapital überhaupt tradet, was die Qualifikationen dafür sind und wie du alles richtig einstellst. Ich würde sagen, wir fangen direkt an nach dem Intro. Um das Thema Fremdkapital überhaupt richtig zu verstehen, weil das ja doch relativ komplex ist, habe ich uns mal eine Folie angefertigt. Diese schauen wir uns direkt mal an. Wie du siehst, haben wir hier den Trader, also wir und die Fremdkapitalfirma, welche dir das Kapital zur Verfügung stellt. Sie stellt dir, wie gesagt, das Kapital zur Verfügung und du gibst x Prozent des Gewinns ab. Das ist relativ wichtig und entscheidend, denn die möchten natürlich auch Gewinne erzielen. Die geben dir dieses Konto ja nicht ohne Grund, sondern du sollst Gewinne erzielen und von diesen Gewinnen kriegen die natürlich auch etwas ab. Die x Prozent habe ich natürlich da hingeschrieben, weil das von Fremdkapitalanbieter zu Fremdkapitalanbieter variiert und es kann sein, dass auch nach einiger Zeit du mehr Prozente bekommst als ganz am Anfang. Doch wie bekommst du überhaupt so ein Fremdkapitalkonto gestellt? Das ist eigentlich relativ einfach. Das einzige, was du dafür tun musst, ist traden. Nein, du musst natürlich erstmal eine Prüfung machen und diese kostet auch Geld. Diese Qualifikation oder Prüfung wird auch Evaluation genannt. Diese Evaluation besteht aus mehreren Regeln und das Hauptziel ist, dass du das Profittarget erreichst. Nehmen wir an, du hast ein Profittarget von 3000, so musst du in einer gewissen Zeit 3000 Dollar ertraden und dich an deren Regeln, also die Regeln des Fremdkapitalanbieters halten. Diese Regeln besprechen wir gleich natürlich nochmal. Solltest du dann diese Evaluation bestanden haben, folgt Schritt 2. Schritt 2 ist, du hast das Ziel erreicht und bekommst dein Funded-Konto. Das Funded-Konto ist ein Performance-Account, wo du nach deiner Performance sozusagen bezahlt wirst. Heißt, wenn du zum Beispiel einen Trade mit 1000 Dollar Gewinn abgeschlossen hast, gibst du wie gesagt x Prozent des Gewinns ab und den Rest kannst du für dich sozusagen behalten. Es lässt sich sagen, dass wenn du das Funded-Konto erreichst, beziehungsweise die Evaluation bestanden hast, eine Aktivierungsgebühr für das Funded-Konto aufkommt. Diese ist nicht relativ hoch, allerdings ist es trotzdem wichtig, das zu wissen. Jetzt, wo wir das System verstanden haben und verstanden haben, wie wir überhaupt so ein Konto bekommen, schauen wir uns doch mal drei verschiedene Fremdkapitalanbieter an und fangen auch direkt mit dem ersten Apex, meinem Favoriten an. Wieso das mein Favorit ist, sage ich dir natürlich gleich. Schauen wir uns zunächst die Regeln an, die Apex hat. Dafür müssen wir ein wenig nach unten scrollen und sehen, dass wir direkt die erste Regel hier finden. Minimum Trading Days, sieben Tage musst du mindestens traden, um das Ziel zu erreichen. Es gibt ein paar Tricks dafür, die erkläre ich dir am Ende, bleib also bis zum Ende dran. Um das nochmal richtig zu erklären, sieben Tage musst du Minimum traden, um das Ziel zu erreichen. Es lässt sich aber sagen, dass während Börsenfeiertagen, auch wenn die Börse sich bewegt, ein Trade, der darin abgefeuert wird, nicht zählt. Eine Regel, die viele nicht richtig verstehen, ist der Trading Threshold. Was bedeutet dieser Trading Threshold? Er bedeutet im Endeffekt nur, dass wenn du in einem Trade drin bist und diese Position vielleicht 500 Dollar im Plus ist, die dann aber bei 0 geschlossen wird, der Trading Drawdown nachgezogen wird. Was ist denn aber überhaupt dieser Trading Drawdown? Du hast ein Profitziel, nehmen wir an, bei einem 50.000er Konto hast du ein Profitziel von 3.000 und ein Verlustlimit, also einen maximalen Verlust von 2.500. Solltest du 500 Dollar im Plus sein, dann aber wieder bei 0 rausgeholt werden, ist das ein Live Trading Drawdown, das heißt, du darfst nur noch mindestens 2.000 verlieren. Das ist natürlich so eine Sache. Das bedeutet, wir sind hier eher im Scalping unterwegs oder für kleinere Positionen, die wir sozusagen schneller mitnehmen. Was wir danach auch sehen, ist, dass wir sowieso keine längeren Positionen aufbauen können, da wir nur einen Trade über einen Tag, also Intraday, halten dürfen. Das bedeutet, da du ja sowieso nur innerhalb eines Tages traden darfst, ist dieser Trading Threshold nicht wirklich relevant, wenn man weiß, wie man tradet. Die super guten Regeln meiner Meinung nach ist, dass du direkt mit der maximalen Größe traden darfst und du darfst auch während Nachrichten traden. Diese beiden Regeln unterscheiden sich massiv von den anderen Fremdkapitalanbietern, die ich dir gleich zeigen werde. Das bedeutet, du darfst direkt am Anfang ohne einen Skalierplan, welchen es bei anderen Fremdkapitalanbietern gibt, mit der größten Position, die das Konto dir erlaubt, in den Markt reingehen. Du darfst auch während News traden. Das bedeutet, nehmen wir an, du eröffnest einen Trade während News, ist es in Ordnung, oder du bist sogar in einem Trade drin, sicherst diesen auf Plus Minus Null ab und er geht in deine Richtung, super, dann hast du einen sehr guten Gewinn gemacht oder er stoppt dich bei Break-Even aus, auch nicht schlimm. Bei anderen Anbietern darfst du während News nicht traden, musst 5 Minuten vor und nach den News keinen Trade, beziehungsweise alle Trades schließen und darfst keine eröffnen. Wenn du selber mal so ein Fremdkapitalkonto traden möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung, dort habe ich einen Link für dich, da kriegst du 50% oder sogar mehr Rabatt. Das hängt immer davon ab, was Apex dir zurzeit gibt. Wir haben auf jeden Fall den maximalen Rabatt für dich, klick da also mal gerne drauf und guck mal, dass du dort vielleicht dein Fremdkapitalkonto machst. Kommen wir direkt rüber zu YouProfit, dem zweiten Anbieter, welchen ich bis vor kurzem selber noch genutzt habe. Es liegt ganz einfach daran, dass Apex günstiger ist, schnellere Auszahlungen macht und außerdem haben die ganz viele Angebote, wie ich eben gerade gesagt habe. Das ist natürlich sehr interessant und die Regeln sind meiner Meinung nach für mich auch besser. Bei YouProfit musst du mindestens 10 Tage traden, also 3 mehr als bei Apex. Somit haben wir hier schon den ersten Nachteil. Ein Vorteil, welchen YouProfit bietet, ist, dass wir ein End-of-Day-Drawdown haben. Das bedeutet, du hast keinen Live-Trailing-Drawdown, wie ich sie eben gerade beschrieben habe, sondern nur am Ende des Tages, die geschlossenen Positionen werden dann sozusagen über die Nacht ausgewertet. Heißt, wenn du 1000 Dollar im Plus gewesen wärst, bei 0 ausgestoppt, so zieht der Drawdown nicht nach. Das ist natürlich super für die, die etwas längere Trades haben und sich vielleicht eher darauf fokussieren, den ganzen Tag mitzunehmen. Das ist natürlich schwieriger und es lässt sich auch sagen, dass das nicht immer nur Vorteile bietet. Kommen wir direkt zur dritten Regel und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb das mit dem Drawdown bei YouProfit so eine Sache ist. Du hast ein Daily Loss Limit. Das ist für manche gut, für manche schlecht, weil sie sich dann besser an die Regeln halten, das Konto nicht auf einmal verlieren. Das lässt sich aber sagen, das Daily Loss Limit ist nicht wirklich hoch. Heißt, das erreichst du vielleicht in ein, zwei Trades, musst du also wirklich die Position verkleinern und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht gerade gut. Wenn wir uns das bei Apex also mal anschauen würden, dort haben wir kein Daily Loss Limit, sondern können so viel verlieren, wie wir wollen. Ob das natürlich für jeden dann die Sache ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es persönlich viel besser, da ich die Freiheit im Trading und meinem Tradingstil dann nicht eingrenzen muss. Die letzte Regel, die wir bei YouProfit haben, sind, wie ich vorhin sagte, die Scaling Contracts. Das bedeutet, du darfst nicht am Anfang direkt mit der maximalen Positionsgröße in den Trade gehen, sondern musst skalieren. Und das ist natürlich so, dass du dann sehr, sehr lange brauchst, um dein Konto überhaupt aufzubauen. Deshalb bevorzuge ich auch Apex. Kommen wir auch zum dritten Anbieter. Das war der Anbieter, den ich vor mehreren Jahren selber genutzt habe. Der ist bei mir in Vergessenheit geraten. Die haben aber ihre Regeln und ihr Konzept ein bisschen umstrukturiert, sind jetzt wieder auf dem Kurs besser zu werden. Ich stelle sie dir natürlich trotzdem gerne vor, da ich weiß, dass es ein sehr guter Anbieter ist, welcher auch Auszahlung tätigt. Wie du bereits siehst, musst du bei OneUpTrader ganze 15 Trading Tage haben, um überhaupt die Qualifikation erreichen zu können. Das ist natürlich doppelt so viel wie bei Apex. Das heißt, du brauchst auch doppelt so lange, um das Konto zu erreichen, beziehungsweise doppelt so viel Zeit, bis sie dir das Konto freischalten. Ob das dann immer so gut ist, meiner Meinung nach relativ nervig und einfach nur ein Prozess, um das alles langwierig zu machen. Deswegen eine sehr, sehr negative Regel. Wie du hier siehst, ist genau das Gleiche wie bei den anderen beiden Anbietern, was die Zeiten betrifft, während ein Trade offen ist. Du darfst nicht über die Nacht handeln, sondern musst deinen Trade innerhalb eines Tages, also Intraday schließen, beziehungsweise öffnen und dann wieder schließen. Auch bei OneUpTrader gibt es diesen Trading Drawdown. Das bedeutet, du solltest wirklich deine Trades, ganz besonders, wenn du noch am Anfang beim Kontoaufbau oder in der Qualifikation bist, relativ schnell schließen, wenn du im Profit bist und deine Verluste relativ schnell schließen, beziehungsweise die wirklich Geringheiten, dadurch, dass du natürlich nicht diesen Trading Drawdown erreichen möchtest. Die Consistency-Regel, die bedeutet eigentlich nur, dass du konstant traden musst. Du darfst nicht einen Big Trade haben, wo du mehrere tausend ertradest, das auscashen und dann das Konto plätten. Das wollen die natürlich nicht sehen, sondern die sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Und das heißt, du musst mehrere größere Trades haben, damit du auch wirklich auszahlst. Das ist auch wieder von Fremdkapitalanbieter zu Fremdkapitalanbieter unterschiedlich. Es lässt sich aber sagen, ich habe noch nie einen Anbieter gesehen, wo das geht, dass man einen großen Trade macht, den auscashet und das war es dann. Sondern du musst wirklich konstant traden, bis du noch richtig auszahlen kannst. Wenn wir uns jetzt also entscheiden, ein Fremdkapitalkonto traden zu wollen, müssen wir natürlich gucken, welches Konto wir überhaupt traden möchten. Dazu gehen wir einmal hier bei Get Started. Ich nutze jetzt Apex, da ich dort erst vor kurzem nochmal ein Konto gemacht habe, um dir natürlich auch in diesem Video das zeigen zu können. Wir gucken uns das Ganze mal an. Dafür haben wir verschiedene Optionen. Wir sehen hier, du kannst ein 25.000er Konto machen. Das ist das kleinste Konto, was du dir erstellen kannst. Und es geht dann bis zu 300.000. Das ist das größte Konto, was die hier anbieten. Es gibt dann noch verschiedene Konten. Ich würde aber immer, vor allem wenn du ein Anfänger bist, diese kleineren Konten empfehlen, dadurch, dass sie erstens von der Preisleistung am besten sind und zweitens die Regeln auch viel, viel besser sind. Dadurch, dass natürlich, du musst immer darauf achten, dass das Profit Target und der Threshold in einer guten Relation zueinander stehen. Das ist beim 50.000er Konto meiner Meinung nach am besten. Das traile ich auch in den meisten Fällen. Ich habe natürlich auch größere Konten, aber das ist das, was ich den Anfängern empfehle. Wie du siehst, haben wir dann hier diese Regeln. Profit Target in dem Fall 3.000. Du kannst bis zu 10 Kontrakte im Mini und 100 in den Mikros traden. Trading Drawdown ist dann sozusagen 2.500. Daily Drawdown keiner. Scaling auch nicht. Das bedeutet, du kannst direkt mit der maximalen Größe traden. Du kriegst sogar, was ich hier super finde, nutze ich selber nicht, eine Ninja Trader Lizenz dazu. Die ist hier 75 Dollar wert. Und du kriegst natürlich auch den Datenfeed. Ich habe dir aber natürlich auch ein Video gemacht, wie du einen kostenlosen Datenfeed bekommst. Klick einmal hier oben rein, wenn du dir den installieren möchtest. Nehmen wir an, wir wollen dieses 50.000 Dollar Konto nun machen, die Qualifikation starten. Müssen wir natürlich hier auf dieses Daten-Lau klicken. Es lässt sich sagen, klick bitte auf den Link in der Videobeschreibung, denn dort kriegst du wie gesagt die meisten Rabatte. Hier hätte ich jetzt in diesem Fall keinen Rabatt zur Verfügung. Wie du siehst, haben wir hier die ganzen AGBs. Die müssen wir uns einmal anschauen, einmal durchlesen. Wir sehen auch hier die Bezahlmethode, geben dann unsere ganzen Daten ein. In dem Fall bin ich natürlich schon eingeloggt, hatte das Ganze natürlich auch schon mal gemacht. Und wenn du das alles gemacht hast, auch die Bezahlung getätigt hast, hier die AGBs und so weiter und so fort unterschrieben hast, wirst du eine Mail bekommen. Wie diese Mail aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Solltest du dann alles richtig gemacht haben, heißt die Zahlung bestätigt, deine Daten richtig eingegeben haben, dann bekommst du von Apex eine Mail. Diese Mail sieht dann wie folgt aus. Du wirst dann sehen, dass diese Mail verschiedene Daten beinhaltet. Bei mir ist es dann zum Beispiel mein Name und weitere Informationen, die kannst du dir selber einmal durchlesen. Wenn wir dann weiter nach unten scrollen, ich muss das dann in dem Fall natürlich verblenden, wirst du sehen, dass hier dein Passwort und dein Username für dein Rhythmic da ist. Rhythmic ist natürlich der Datenfeed, der dich dazu verbindet, überhaupt an der Börse verbunden zu sein und dass die das natürlich tracken können, dass du dich an die Regeln hältst. Wenn wir uns also diese Daten jetzt einmal nehmen würden, müsstest du dein Username und dein Passwort erstmal kopieren. Jetzt müssen wir uns natürlich verbinden und das geht natürlich über unsere Trading-Plattform. In dem Fall benutze ich Atas. Ich habe für Atas natürlich auch ein ganzes Tutorial gemacht. Das siehst du einmal hier oben. Da kannst du Atas kostenlos testen, also wirklich ein super Deal für dich und ich zeige dir natürlich auch, wie die ganze Plattform aufgebaut ist, wie alles funktioniert und wie du damit auch traden kannst. Wenn wir also Atas jetzt einmal geöffnet haben, müssen wir uns natürlich verbinden und verbinden uns mit diesem Datenfeed, welcher dieser Fremdkapitalanbieter uns stellt. Dafür klicken wir dann einmal wieder auf Feedstores, wie wir das im letzten Video gemacht haben, klicken auf Hinzufügen und in dem Fall benutzen wir nun Rhythmic und geben unsere Daten dann hier bei diesem Rhythmic ein. In dem Fall siehst du Login, das ist dann dein Username und Passwort, das, was du eben gerade sozusagen als Passwort dort stehen hast. Den Server machen wir in dem Fall nicht Rhythmic Paper Trading, sondern gehen nach unten und unten wirst du Apex finden. Apex musst du sehr, sehr wahrscheinlich auf Chicago machen. Wenn es Frankfurt geht, geht auch Frankfurt. Ich mache es immer auf Chicago. Es lässt sich auch noch sagen, dass diese Plugin-Connection aus sein muss und die Aggregated Quotes, die können an oder aus sein. Es kommt darauf an. Bei manchen funktioniert es auch, wenn sie an sind. Wenn sie aus sind, funktioniert es aber immer hundertprozentig. Wenn du die Daten dann richtig eingegeben hast, dann wird Apex ganz, ganz sicher hier oben so angezeigt werden, wie hier mit einem grünen Pfeil dein Apex-Konto und dann musst du nur noch auf Verbinden klicken und dann sollte es verbunden werden. Du wirst dann rechts in deinem Chart-Trader sehen, dass dort dann dein Konto steht und die alles verfolgen können, was du getradet hast. Sei es, dass du das Gewinnziel erreicht hast, dich nicht an die Regeln gehalten hast oder das Verlustlimit erreicht hast. Das bekommen die alles mit. Solltest du das Gewinnziel erreicht haben, dich an die Regeln gehalten haben, werden die dich per Mail kontaktieren. Kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Wenn du die Qualifikation erfolgreich bestanden hast, wirst du einen Vertrag bekommen. Diesen gehe ich jetzt mit dir nicht durch. Das musst du dir selber anschauen. Ich bin nämlich jetzt auch keiner, der dir dabei beraten möchte. Das ist natürlich einfach so, dass du diesen Vertrag unterschreibst. Das ist ein ganz regulierter Vertrag und die ganzen Daten sozusagen ausfüllen musst. Das sind ein paar Unterschriften. Dann musst du dann auch deine Daten von deinem Reisepass oder Personalausweis zum Beispiel ausgeben, Steuernummer, Wohnort, etc. Wenn du das alles ausgeführt hast, schickst du den Vertrag zurück. Die gucken sich das alles an. Schritt Nummer zwei ist dann, dass du die Aktivierungsgebühr zahlen musst. In dem Fall hier 140 Dollar, wie du das siehst. Das war, glaube ich, ein 50.000er Konto. Und dann steht auch hier für die nächsten zehn Jahre dann immer einen Cent. Das bedeutet, das ist dann sozusagen die einmalige Aktivierungsgebühr, die gezahlt wird. Der zweite Schritt, beziehungsweise die zweite Mail, die du dann bekommst, sieht so aus. Die zweite Mail sagt dir dann eigentlich nur an, dass dein Account nun aktiviert wurde und dein Performance-Account aktiv ist. Die beiden Sachen, die sich ändern, ist, dass dein Konto wieder sozusagen auf null gesetzt wird. In dem Fall bei 50.000 wieder anfängt und du vor deinem Namen, was da vor Apex und deine Nummer war, PA steht. Siehst du auch hier, die Nummer mache ich natürlich weg, sonst könntest du ja meine Daten wissen. Auch bei den Zugangsdaten für dein Apex-Rhythmic-Verbindung ändert sich gar nichts. Du kannst dich wie folgt, beziehungsweise wie immer, anmelden und kannst dann sozusagen ganz normal weiter traden, nur dass dein Konto, wie gesagt, wieder bei null startet und der Name anders ist. Hier kommen wir auch schon zur spannenden Frage. Das sind dann natürlich die Auszahlungen. Jeder möchte dann natürlich das Geld auszahlen, was er ertradet hat. Ist ja auch verständlich. Ich zeige dir jetzt mal, wie das funktioniert. Und zwar ist es einfach so, dass es dort verschiedene Methoden gibt. Bei YouProfit ist es dann so, dass du zum Beispiel nur über dir deinen Arbeitsauftrag sozusagen einreichen musst und dann wird dir das Geld überwiesen. Bei Apex ist es dann in dem Fall so, dass du ebenfalls das über dir machen kannst und dann sozusagen auch hier einfach nur deinen Payout beziehungsweise deine Auszahlung sozusagen bestätigen möchtest. Wenn wir uns das Ganze dann bei dir anschauen, kannst du hier verschiedene Agreements einreichen. Im Endeffekt ist es so, dass wir das als Trader dann sozusagen, es kommt auch immer darauf an, wo man das macht, einreicht. Wenn das dann eingereicht wurde, kannst du bei deinen Transactions gucken. Bei mir, ich werde dir das natürlich hier verblüren, kannst du hier deine Transaction History sehen und zum Beispiel deine verschiedenen Auszahlungen anschauen. Ich zeige dir das natürlich nicht, ist ja privat, was ich da verdiene. Im Endeffekt ist es aber relativ wichtig, dass du weißt, über Deal musst du dich also einloggen beziehungsweise erstmal registrieren. Es dauert 15 Minuten, musst du auch wieder deine Personalien einreichen und dann, wenn du die Auszahlung machen möchtest, dann musst du dort den Auftrag einreichen und dann wird das innerhalb von kürzester Zeit überwiesen. Ja, solltest du noch Fragen zum Thema Auszahlung haben, kannst du uns natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram kontaktieren. Es lässt sich sagen, das alles in dieses Video hier zu verpacken, würde den Rahmen völlig sprengen. Das könnte sehr, sehr lange dauern, das alles zu erklären, da das auch von Fremdkapitalanbietern unterschiedlich ist. Guck dir also Deal an, mach dir da ein Konto, registrier dich da und wenn das dann soweit ist und du vielleicht doch Hilfe bei dieser Auszahlung brauchst, bei diesen Schritten, kannst du sehr, sehr gerne auf uns zukommen. Ich helfe dir sehr, sehr gerne weiter. Am Ende möchte ich dir natürlich noch ein paar Tipps mitgeben. Das bedeutet, wir gucken uns jetzt mal an, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt, vielleicht dieses Konto mit gewissen Tipps schneller zu erreichen oder sogar sicherer zu erreichen und da fangen wir auch direkt mal an. Ich habe ja schon gesagt, es gibt einen Tipp, den ich dir am Ende sage, wo du diese sieben Trading-Tage eigentlich umgehen kannst. Nehmen wir mal an, du hast einen super guten Trading-Tag, hast das Profitziel erreicht, musst aber noch sechs Tage ertraden. Dann können wir doch einfach in den Mikromärkten mit einem Kontrakt traden, den Trade fünf Sekunden laufen lassen, das zählt nämlich als Trading-Tag, den Trade schließen, haben dann vielleicht zwei, drei Dollar verdient oder verloren, das ändert nichts an der Kontostatistik, schließen diesen Tag und haben dann einen Tag mehr auf dem Konto. Das machen wir dann die restlichen Tage, bis wir diese Tage erreicht haben und dann haben wir auch die Prüfung schon bestanden. Mein zweiter Tipp für dich ist, dass du mit den kleineren Konten starten solltest. Das liegt ganz einfach daran, dass bei den kleinen Konten weniger Emotionen vorhanden sind, dadurch, dass du natürlich auch kleinere Positionen ertradest. Bei den größeren Konten kann es schon mal sehr, sehr schnell vorkommen, dass du da vielleicht zu viel Gier oder zu viel Angst bekommst. Das heißt, starte klein und steigere dich mit der Zeit. Mein dritter Tipp für dich ist, dass du mehrere Fremdkapitalkonten gleichzeitig traden kannst. Das geht ganz einfach mit dem Portfolio Manager. Wie das Ganze funktioniert, habe ich im letzten Video beim Atas Tutorial erklärt. Dort könntest du diese ganzen Konten dann miteinander verbinden, das Risiko minimieren minimieren und trotzdem am Ende des Tages einen sehr, sehr großen Gewinn haben. So mache ich das persönlich, so machen das sehr viele, die ich kenne, die sehr, sehr gut unterwegs sind und so würde ich es dir auch empfehlen. Mein letzter Tipp ist, dass du auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung nutzen solltest, dadurch, dass du da 50% Rabatt bekommst. Du hast gesehen, das Ganze kann relativ kostspielig werden und so sparst du dir immer die Hälfte. Das heißt, nutze auf jeden Fall diese Gelegenheit, wenn du Fremdkapital traden möchtest. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, deine Fragen beantworten und wenn dann noch weitere Fragen sein sollten, dann schreib sie gerne in die Kommentare oder uns bei Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal.